Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fikibis, Unnicht, mit dem Kai und mit dem Hendrik. Ja! Mit dem Creeper! Und? Ich kann jetzt mal ein Uhr, bitte. Danke. Oh, Uhr! Yeah! Du bist dran! Da-da-da-da! Und ich habe Spinsporne direkt am Anfang gefunden. Also Pikachu, du bist dran oder so? Nein, das habe ich gemeint, weil ich kann eigentlich das Video, wenn ich mich nicht deutschte. Ja, du bist... Bei Pokémon nicht. Du-du-du-du-du bist dran. Doch, du, dann sagen wir das... Los, du scheiß Pikachu, du bist dran. Ey! Pikachu ist nicht scheiße! Pikachu ist nicht scheiße! Oh mein Gott, Hendrik. Hendrik. Er schieß dich. Pikachu ist ein Opfer! Er schieß dich! Hendrik. Hendrik. Willst du zugeben, dass wirklich Pikachu scheiße ist? Ja! Es gibt dafür Therapien, Hendrik. Was? Ja. Du musst Pikachu süß finden. Ja. Wut? Das ist Mist, wie das nichts drauf hat? Pikachu hat sehr wohl was drauf. Ja, es kann sterben. Donnerblitz! Ja, oh, das ging ja neben. Oh, keine Wirkung! Der ging nicht durch! Ja, in-in-in-game mag ich's auch nicht so. In-game mag ich's auch vollkommen, Alter. Mit der, mit dem, mit dem, mit dem Kugelblitz. Nee, in der Serie ist es cool, aber so im-game ist es so. Nein, gerade in der Serie, gerade weil es in der, weil es, gerade weil es in der Serie so stark dargestellt ist, finde ich das, finde ich das wie übelst scheiße, weil es einfach nur... Ja, das ist echt ein bisschen übertrieben. Was? Aber es ist süß. Das müsst ihr zugeben. Nein. Ja, natürlich. Was? Halt mal die Fresse, Alter! Äh! Halt mal die Fresse, Alter! Das war so süß! Äh, tut mir leid, aber dass ich... Bei Pokémon geht's mir nicht darum, ob die niedlich sind, sondern ob die reinbomschen und was ruf, aber... Na, ist denn auch wieder. Er häng dich. Er häng dich! Aber das geht doch auch um die Süßheit, Mann! Nein, mit Niedlichkeit gewinnt keinen Kampf! Doch! Das will ich sehen! Oh, natürlich. Doch. Siehst du auch mich an! Ich gewinn jeden Kampf! Und ich bin ja süß! Glaube ich. Hm, nein! Äh, nein! Halt die Fresse, du bist nicht viel süßer als ich, ey! Ich stink wenigstens nach Zimt und Gebäck, weil ich so dick bin, weißt? Du hast du stinkst nach Zimt! Ja, weil ich wieder Zimt genascht hab, Mann! Ich hab doch gesagt, nicht immer so viel Zimt naschen! Das ist ungesund! Aber es schmeckt so gut! Obwohl, puren Zimt will ich auch nicht, der schmeckt scheiße! So wie du? Hey, so scheiße wie du kann er ja nicht schmecken! Hm... Du weißt, wie Kai schmeckt? Nein, aber ich nehm's mal an, dass er scheiße schmeckt! Ich hab mir noch kein Stück Arm oder so gegessen von dem! Er hat mir noch nix angeboten! Er hat mir noch kein Stück von seinem Arm angeboten, also kann ich nicht sagen, ob's der gut schmeckt oder nicht! Obwohl, ich nehm' mir mal an, der schmeckt wie Hühnchen, aber... Ich schmeck doch alles wie Hühnchen! Klar! Alles schmeckt wie Hühnchen, außer Hühnchens! Ich schmecke ja nicht wie Hühnchen schmecken! Aha, woher weißt du das? Das wird manchmal in Filmen gesagt! Ja, du glaubst doch alles... In Filmen gesagt, alles schmeckt wie Hühnchen! Außer Hühnchen! Hühnchen schmeckt nicht nach Hühnchen! Außer Hühnchen! Hühnchen schmeckt nicht nach Hühnchen! Das schmeckt nach gebratener Hundekote! Natürlich! Oder weißt du, wie Hundekot schmeckt? Das gibt mir zu bedenken! Das weiß ich auch nicht! Ja, ja, jetzt auf einmal! Das wird ja gesagt, ne? Und jetzt auf einmal! Ja, ja, Kai! Ja, ja! Das sagt man so! Jetzt ist es zu spät! Ja, ja! Wie lange habe ich jetzt Hunger? Warum? Bei gebratenem Hundekot kriegt der Hunger! Au, lecker! Lecker gebratener Hundekot, ey! Boah, Chris, du nimmst aber schon lange! Auf, du! Warum? Kannst du jetzt zwei Sekunden, oder was? Oh, ja! Ne, vier Minuten ungefähr! Boah, Junge, ey! Ist ja voll krass! Warum guckt man auf die Uhr, man? Einfach reinputzen lassen! Das ist so lange, wie man Bock hat, ey! Mann, Kai, du bist aber wirklich... Asozial, wie der Dierzutz! Ich wollte gerade sagen, ich bin Asozial! Du bist Asozial wie Dierzutz! Ja? Bin voll Asozial! Ja, Patrick, wenn du mal irgendwann noch mit willst, kannst du das nicht ändern! Ich bin, ich bin, ich bin Asozialer als Asoziale! Ja? Das verstehe ich nicht! Und, äh, Hendrik, deine Oma soll mir auch gleich was mitmachen! Danke! Äh, äh, ähm, 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 äh, ich hätte gern ein paar Knödel! Nein, Mann! Ich möchte gern einen Cheeseburger! Nein, Mann! Äh, Happy Meal! Äh, und ein, äh, hier, ne Fluffy Eis! Happy Meal? Ja, Mann! Nein, Mann! Ja, für meinen kleinen Bruder, Mann! Dann möchte ich Kekse! Da krieg ich wieder so viel, da krieg ich wieder voll viele Süßigkeiten! Ey, ohne Müll, ja! Ich krieg fast kaum Süßigkeiten! So Brotchips und Chips krieg ich immer! Und was kriegt der? Oreos! Äh, Brownies! Und so scheiß, Alter! Was krieg ich? Ich krieg nur Brotchips und Chips, Alter! Ja, Mann! Da krieg mir nie was ab, Mann! Ja, aber es geht ums Prinzip, weißt! Ja, aber wenn ich immer frag... Ja, und, aber trotzdem! Das geht ums Prinzip! Weil, wenn, wenn ich, wenn ich über ganz lieb zu dem bin, dann krieg ich schon mal ne Packung Oreos, Alter! Oh, ja! Alter, die Oreos, die sind so geil! Die schmecken so, oh, ja! Mein Bruder früher immer! Ich brauchst den Bruder, der hat früher immer gesagt! Was? Dann musst du mir was Süßes geben! Das sag ich auch immer zu meinem kleinen Bruder! Spielst du mal einen Griff? Darf ich zugucken? Gib mir was! Ich hab doch nur so Süßigkeiten! Ja, egal, das langt, gib her! Dann lass ich dir immer fünf Sekunden zugucken und sag so... Hä, die Süßigkeiten-Dauer ist schon vorbei, gell? Ich bin voll ausbeuterisch! Ich bin Russe, ich darf das! Du bist Russe, du darfst sein! Ich darf ausbeuterisch sein! Aber hier ist der Abstand größer, das gefällt mir nicht! Der Abstand, nein! Ich kann gerade nicht, ich arbeite gerade im Nürngril! Ey, komm mal! Nein, ich möchte gerade nicht kommen! Es steht doch keine Vollbusige da, ja? Komm mal! Mann, kein Ungebild da, ey! Nein, da steht keine Vollbusige! Nein! Ja, warte! Jetzt komm doch mal! Ah! 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 Hm, das sagen sie alle! Das war aber die Wahrheit! Was soll ich dir jetzt glauben? Ja! Irgendwie nicht! Das hast du jetzt verkackt, geil! Ne! Ich hab hier ein Problem! Dann löse es! Da sind immer vier Abstand, auf der einen Seite sind jetzt fünf, da wo die Ecke ist, aber ich könnte einfach fünf lassen, hier, wenn du nichts dagegen hast! Ich komm mal! Der ungebildete Kai braucht wieder Hilfe vom Gebild in Christian! Und du bist nicht gebildet! Was? Wer sagt denn das? Ich hab hier Abitur! Ja! Ey, du hast du Abitur, glaub ich, nämlich! Ich hab Abitur, ey! Hab ich hier schwarz-weiß auf Papier, ey! Hab ich mir aus Internet rausgedruckt, ey! Hast du schwarz auf pink! Hab ich schwarz auf pink und das gibt Abitur! Ja! Wir haben schon eine Kuh eingesperrt, ist echt so! Ja! Dann wissen wir jetzt schon, was das Kuhgehege ist! Hendrik, wenn du Steine brauchst, die sind ein bisschen hier ein Ding! Ja, 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 du bist richtig, du bist richtig, du bist richtig, Chris, du bist richtig! Richtig! Ja! Und was ist da der Fehler? Hier, guck, hier sind fünf Platz! Hä, dann war das doch falsch! Platz vier! Da hättest du nicht verbessern brauchen! Ja, aber sonst stimmt das doch hier nicht, hier, hier, das stimmt so, das stimmt alles, aber hier sind fünf Platz! Warum sind hier fünf? Weil das einfach anders da ist als vorne! Ja, ist nicht so schlimm! Weil es vom Turm so ist, das macht doch eigentlich nichts, oder? Nee, nee! Nee, nee, passt schon! So! Und, und, ist deine Aufnahme wenigstens schön? Ja, ich guck mir grad unser Haus an! Ja, machst du dich! Sehr, sehr schön dann! Und wenn ich dich anguck, dann wird's ja hetzlich, ey! Alter, hör doch mal auf, mich zu beleidigen! Ja, jetzt hast du eigentlich... Ich kann nix besseres machen, als mich zu beleidigen! Der hat so psychische Probleme einfach! Oh, jetzt hast du's aber gesagt! Der ist so behindert, dieses Kind! Ja, ich weiß! Okay, I have stones! Let's get this lake stoned! Ja! Woohoo! Ja, aber du hast ja nichts dagegen, dass ich behindert bin, oder? Aber was, du willst einen Fluss stoned machen? Ja, ich mach jetzt grad hier voll den Fluss stoned! Dagegen nicht, aber ich find's nicht gut! Ich stoney hier grad voll den Fluss, ja! Ich stoner, oder? Ich bin hier voll der Dealer, ja! Äh, ja, ich... Weil, was hast du denn hier? Ich sag dafür, dass dieser Fluss stoned wird! Alter, wenn ihr... Wenn ihr... Wenn ihr... Wenn ihr... Wenn ihr... Wenn ihr was braucht zum stoned werden, einfach Henrik anrufen! Ja, ich gib doch Fluss stoned, ja! Und bei dieser Nummer, die ich jetzt einblende! Oh, Christo, hast du vergessen, einzublenden, du Mongo! Oh ja, ey, es tut mir so leid, ey! Äh, wie kann ich das wieder gut machen? Soll ich jetzt ein... Ich nehm mir einfach nix mehr einhöhnen! Soll ich jetzt irgendwas einblenden, so... So ne vollbusige, oder so? Nee! Oh ja! Die auch noch zensiert ist, weil es so einen schwarzen Balken, Alter! Ja, so einfach so einen schwarzen Balken, Alter! Einfach einen schwarzen Balken... Äh, äh... Einblenden, als sagen, dass es ne vollbusige... Und dann sag ich... Oh ja, oh ja! ...dass zensiert ist! Ich glaub, das mach ich echt, Alter! Aus Prinzip, Alter! Da blende ich die sein, so... Nein, Mann, ich merke mir das, Mann! Ich mach da jetzt so einen schwarzen Balken! Einfach so einen schwarzen Balken machst du da, oder was? Ja! Alter, an diesem schwarzen Balken, der... ...wahrscheinlich nicht... Alter, ey! Boah, ey! Das ist, äh, voll, vollbusig, aber zensiert halt! Boah, krass, Alter, ey! Boah, was... Boah, ey! Boah, ey! Junge, Alter, ey! Da ist, da ist, da ist, da ist, oah! Das ist aber geil, nur, ne? Und dann ist es richtig schwarz! Oh, schwarz, ey! Oh, ja, uh! Oh, ja, du machst mich aber am Herzen was vor, hä? Wollen wir ein Käppchen trinken, hä? Komm, ja? Ja, komm! Ein Kaffee wär jetzt ne Idee, ich hab irgendwie voll Bock auf'n Kaffee! Ich nicht, ich hab Bock voll auf'n Tee, Alter! Ich hab Bock auf'n Tee! Alter, Tee... Du, Tee, so flat, ich will doch keine Scheiß-Briete! Ja, scheiß-Briete! Ich trink meinen Tee nicht mit Milch, das könnt' ich vergessen, Alter. Alter, Tee mit Milch, Alter. Tee ist dann auch noch mit Milch? Alter, geh dich aufhängen, bitte, geh dich aufhängen. Bitte, bitte. Ja, okay, widerlich nicht, aber besser als Wasser. Das war's aber auch schon. Das war's aber auch schon. Jetzt habt ihr aber einen Krieg angezettelt, und ihr wird den niemals gewinnen. Selbst, selbst heißt die ist besser. Eins, zwei, drei. Oh, nein! Oh, game over. We spawn. We spawn. We spawn. Ach, wenn das das so einfach wär. Ach, wenn das das so einfach wär, dann werden wir alle tot. Weil du kriegst nur Jaller-Bomben zündet. Genau. Weil ich bin ja immer Dauer-Trator, auch wenn ich Inno bin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Eins, zwei, vierundzwanzig, vierundzwanzig, sechsundzwanzig, achtundzwanzig mal zwei sind, 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 das ist irgendwas, das ist mir zu hoch. Oh, äh, 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 ich glaub, ich glaub 54, aber ich bin nicht sicher. Ah, du hast ja richtig gezählt. Das ist aber schön. Ich weiß nicht. 28 mal zwei ist das 54? Nein. Hm. Oh, cool. Ist nicht richtig, Kai. 54 ist falsch. 28 mal zwei sind nicht 54, nein, 56. Ja, wuhu. Halt, halt, stopp. Ist richtig. Ja, doch, du hast recht. Kai. Boah, ich hab, das hab ich schon die ganze Zeit gewusst, ich wollte euch noch reinlegen, Alter. So, der Kendrick war schon richtig, aber der hat nur gesagt so. Hey, warte mal, stimmt das so? Aber Kai, Junge, du musst echt mal Kopf rechnen lernen, ja? Also Kai, eins muss eins. Zehn, neun, acht, sieben, sech, fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh, bist du schlecht, Alter. Ich hab, ich hab nur so über den Daumen, ich hab nicht richtig gerechnet, ne? Klar. Das ist mein Ernst. Ja, ja. Ja, ja. Kai, Kai, Kai. Ist okay, ist okay, dann glaubt mir halt nicht. Ich bin wieder schuld. Ja. Ja, okay. Ne, halt, Markus was. Ja, Markus ist nicht da, Markus ist schuld. Markus hat falsch gezählt, geht mal gar nicht klar. Hey, Markus, ey, wir müssen hier echt Mathe lernen, ja? Mathe nachhüpfen. Ja, Alter. Ja. Außerdem, ich hab ne Einzelmathe, dann geht das vollkommen genau. Was? Mit deinen Fehlstunden? Ne. Was heißt mit meinen Fehlstunden? Wie zieht ich so viele Fehlstunden genau? Du weißt ja nicht mal, wie oft ich krank bin außerdem. Alter, wie viele Spawner haben wir schon. Ja, ich... Hab ich mir auch gefragt. Es sind nur nur vier, Alter. Du weißt ja nicht mal, wie oft ich zu Hause bin und sagt dann mit meinen Fehlstunden. Ja, dabei weißt du nicht mehr. Jetzt ist mal ein gewisses Gespräch, aber das möchte ich jetzt nicht ausführen, weil sonst hasst du mich bestimmt. Ich weiß zwar ehrlich nicht, was du meinst, aber... Nee, es ging ja sch... Es ging um Schule. Oh, Alter! Ja? Naja, mehr verrate ich dir nicht. So ein Gespräch hatten wir schon mal. Warum ist mir ein JPEG gerade ausgegangen? Weil du scheiße wirst. Weil du vergessen hast, Lärterst zu zurück. Was? Lärterst du? Verstehe ich nicht. Diese scheiß Gelärter haben voll den Aim-Bot. Bei der zweiten Schicht, die Pumpe, ne? Hm? Die Pumpe hat schon eine Schicht abgetragen. Die schon bei der zweiten, glaub ich, oder? Nee, ist immer noch die erste. Ich wollt grad schon sagen, ey. Oh, deine Folge ist rum. Aber dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es jetzt letztes Mal für die Pizze anliegt. Mit dem Keim, mit dem Christian und dem Hendrik. Tschüss und beraten nicht vergessen. Tschüss. Tschüss.